Das ist ein tolles Buch, was ich gerade im Urlaub gelesen habe. Der Glucose-Trick, mittlerweile schon in der 14. Auflage. Worum geht es? Es geht um die Identifizierung von sogenannten Glucose-Peaks, also Glucosespitzen, durch unsere Ernährung. Und die Autorin benutzt das sogenannte CGM-System, kottiliche Glucose-Monitoring. Ich glaube, das ist etwas, was ich mal bei mir selbst auch ausprobieren werde. Tatsächlich, um solche Peaks zu identifizieren und zu überlegen, wie ich diese Peaks reduzieren kann.